so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal heute gibt es die geile strobo boom cake von leslie aus der thunder kong serie 36 pure geile schüsse salut so sieht sie hinten aus kaliber haben wir hierbei keine ahnung sondern das sein 20 vielleicht bisschen weniger nicht so groß gerade ja wo steht man lässt noch mal die einem hier unten 190 gramm ist relativ viel wenn man bedenkt dass es eigentlich nur t salut ist mit einem aufstieg der blinkt und das macht sie gerade so geil würde ich sagen und ja gesehen habe ich die zuerst mal ein krall müritz und da hat mich überzeugt deswegen gibt es jetzt hier die strobo boom von leslie und jetzt lassen wir es krachen bis gleich leute jetzt eine strobo boom von leslie weil das salut artikel sind die kommen der eine am tag kommt die geiler ja er kommt mal rüber jetzt hier dieser kurze zwischensprung das ist einfach nur schön nur noch mal kurz zur erklärung leute wir haben uns zwei personen gefragt die uns die ganze zeit zu geguckt haben warum wir denn batterien am tag zünden und da habe ich versucht zu erklären dass das halt knallartikel sind die halt am tag besser kommen ist eigentlich komplett unrelevant jetzt noch mal was dazu zu sagen aber es ist einfach nur schön und näher jetzt geht es los mit der batterie viel spaß jetzt die fahne kommen strobo boom go k k k k k Boah, die Riesen! Boah! Wie geil ist die denn? Hahaha! So Leute, Strobo-Boom! Äh, Doppel-Thunder! Huuu! E-Dell! Aber jetzt die Strobo-Boom! Komm an der Nacht! Komm an der Nacht! Genau! Ein Böller! So, jetzt wird's laut! Geil! Und geil! Komm an der! 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 Bei den Sternen! Denn da wo wir sind, gibt es leider keine höhere Liga! Alle Leute hören diese Lieder! Bring mir mein Schwert! Komm an der! Und bring mir Medusa! Komm an der! Komm an der! Komm an der! Komm an der! Komm an der!